Loser Glitzer ist jetzt verboten und das ist erst der Anfang. Bald fliegen noch weitere Produkte aus den Regalen. Ich sage dir welche. Seit Mitte Oktober gilt in der EU ein Mikroplastikverbot. Damit gemeint sind Plastikteilchen, die kleiner sind als 5 mm, wie eben bei Glitzer. Es gibt Hinweise, dass Mikroplastik schlecht für die Umwelt und für unsere Gesundheit ist. Deshalb möchten die EU-Staaten weniger davon und verbieten den Verkauf. Das betrifft jetzt erstmal zum Beispiel Glitzer und Peelings. Die gibt es aber auch ohne Mikroplastik. Und so geht es weiter mit den Verboten. Ab 2027 soll es zum Beispiel kein Shampoo mehr mit Mikroplastik geben. 2029 folgen dann Cremes oder Haargel. Und 2035 dann Lippenstifte, Nagellacke und Make-up.